Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich wieder auf ein Musikvideo reagieren und zwar von Moritz Schwester Lena. Moritz wird heute ein Musikvideo rausbringen um 18 Uhr. Es ist 16.55 Uhr. Ich mache die Anmoderation ein bisschen früher. Ich bin richtig gespannt was kommt und ich mache die Anmoderation früher damit ich der allererste bin der darauf reagiert und wenn es kommt, wünsche ich euch viel Spaß. So gleich ist es soweit. Nur noch vier Minuten und dann sehen wir eigentlich den Song, den neuen Song von Moritz. Puh, eher gesagt von Lena. Aber egal. Bestimmt wieder auf Katja. Das ist schon Sextell. Oh Gott. Als ob das jetzt schon war. Okay. Das war es schon. Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe gedacht, jetzt kommt so ein richtiges Musikvideo mit den allen drum und dran. Schnickschnack und so. Aber okay. Hat mich enttäuscht. Dankeschön. Tschüss. Das war es mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.